hallo einen recht schönen guten tag von typisch usbekisch wir grüssen sie aus der stadt tashkent und in unserem heutigen video vielem geht es um eine chaihana für junge leute die in tashkent hinter dem restaurant bachor liegt mittendrin in tashkent da wo das restaurant bachor ist oder die westminster university oder die tour uhr von tashkent ist befindet sich diese moderne chaihana namens plov samsa.uz die positioniert sich als chaihana des 21 jahrhunderts und bietet die wichtigsten gerichte der usbekischen küche an plov samsa da sind teigtaschen mit fleisch oder kartoffeln oder kürbis gefüllt und im turnofen aufgebacken sie sehen es gleich auf ihrem bildschirm und zwei arten von der nationalspeise plov das ist hochzeits plov und plov auf chaihana art die preise sind hier sehr mäßig denn es ist in erster linie für junge leute für studenten gedacht deswegen liegt die chaihana auch neben der westminster university in tashkent sie liegt in einem kleinen park es ist sehr schattig im sommer kann man draußen sitzen auf sitzbetten die bedienung ist sehr flink und spricht auch teilweise englisch und die chaihana befindet sich sehr bequem das ist wie gesagt hinter dem restaurant bachor neben der westminster university nicht weit von dem amir timur denkmal das war ein kleiner überblick über die chaihana des 21 jahrhunderts für junge leute plov samsa.uz vielen dank für ihre aufmerksamkeit abonnieren sie unseren kanal und erfahren sie mehr über usbekistan